Beginnen wir mit der Definition der Bradikadie. Gemäß ERC liegt eine Bradikadie bei Herzfrequenzen unter 60 Schlägen pro Minute vor. Die AHA zieht diese Grenze erst bei 50 Schlägen pro Minute. Die Art des Rhythmus, also ob beispielsweise eine Sinus-Bradikadie, eine höhergradige AV-Blockierung oder ein Vorhofflimmern besteht, ist in beiden Algorithmen unerheblich. Hier geht es zunächst nur um die Frequenz. Eine Bradikadie per se hat jedoch noch keinen Krankheitswert. Wesentlich wichtiger als die absolute Herzfrequenz sind die Symptome, welche durch die Bradikadie verursacht werden. Atropin ist ein sogenanntes Vagolytikum. Das heißt, es hemmt die Wirkung des Parasympathikus, der auch als Nervus vagus bezeichnet wird. Wie bereits ausgeführt, innerviert der Nervus vagus das Herz nur auf Ebene der Vorhöfe, während der Sympathikus das gesamte Herz beeinflusst. Der Grundgedanke bei Atropin ist also eine relative Erhöhung der Sympathikus-Wirkung durch Unterbindung der Parasympathikus-Wirkung. Allerdings kann es bei höhergradigen AV-Blockierungen unter Umständen sogar zu einer Verschlechterung der Bradikadie kommen. Sollte sich der Zustand des Patienten unter medikamentöser Therapie nicht verbessern, beginnen sie unverzüglich eine externe Schrittmachertherapie. Ebenso ist diese Behandlungsoption unbedingt indiziert, wenn sich der Patient in einem kritischen Zustand befinden und eine Applikation der intravenösen Medikation zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Kurz zusammengefasst, je instabiler der Patient, desto schneller sollte die Indikation zur elektrischen Therapie gestellt werden. An dieser Stelle ist es sinnvoll und wichtig, dass wir uns beim Einsatz des Transkutan-Schrittmachers auch kurz über eine adäquate Analgesie unterhalten.